Vielen Dank für die Einführung und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Dieter Uppelmann, ich bin für Informationslogistik an der HFT Stuttgart und heute hier zusammen mit mir sind die Frau Pfeiffer und die beiden Studierenden Frau Lütz und der Herr Hammes und wir wollen Ihnen heute etwas zu einem Seminar Angewandte Logistiksysteme im Masterstudiengang Umweltorientierte Logistik erzählen und wie wir dort für das wissenschaftliche Arbeiten den Scientific Workflow Guide oder kurz SWOFI nutzen. Für die Präsentation ist eine halbe Stunde in etwa vorgesehen und dann ist auch noch mal eine halbe Stunde für Diskussionen und Fragen begeben, die, sodass Sie dann also gerne Ihre Fragen stellen können. Die Begrüßung haben wir schon hinter uns, Motivation, Problemstellung, dazu möchte ich Ihnen etwas erzählen. Dann wollen wir Ihnen mehr zum Thema SWOFI erzählen und zu dem Seminar aus lehrenden Perspektive und auch aus studierenden Perspektive und dann auch die Evaluationsergebnisse zu sprechen kommen. Nach einem Fazit gibt es dann die Möglichkeit, zur Diskussion. Wir starten hier mit einer Frage an Sie und zwar geht es darum, welches für Sie die größten Herausforderungen in Bezug auf wissenschaftliches Schreiben sind. Da würde ich Sie mal bitten, Ihre Einschätzung abzugeben. Sie sollten gerade das online sehen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Ich sehe gerade eine Frau, Margit Mundorf ist auch noch im Wartezimmer. Ich habe sie gerade schon reingelassen. Ach, super, wunderbar. Frau Mundorf, Sie sehen jetzt, glaube ich, direkt eine Umfrage. Ja, genau. Und Sie dürfen schon mal sofort mit abstimmen. Mehrfachantworten sind möglich. Wir haben gerade gefragt, was so die größten Herausforderungen für Sie eigentlich beim wissenschaftlichen Arbeiten im Studium sind, beziehungsweise welche Herausforderungen Sie dann bei Ihren Studierenden so ausmachen. Gut, ich denke, wir sehen hier schon ein Ergebnis. Ich denke, wir können die Umfrage gleich beenden, auch wenn jetzt noch mal dazugekommen sind. Thema abstecken und klare Forschungspfragen finden, bis hier weit vorne und an den Struktur- und roten Faden entwickeln, Literaturrecherche, Argumentation aufbauen, Methoden kennen und Sonstiges. Da frage ich noch mal zurück, was verbirgt sich hinter Sonstiges? Also ich hatte Sonstiges zum Beispiel angekreuzt und bei mir ist einfach die Schreibblockade dann manchmal. Also einfach so ein gut anfangen zu schreiben. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Mal die Umfrage. Also Sie sehen, das sind so einige Punkte, die eben typischerweise da kommen. Und die Frage ist eben, wie kann das digital unterstützt werden? Welche Möglichkeiten gibt es da, digitale Tools einzusetzen, um diese Herausforderungen zu meistern? Und das Ganze strukturiert auch in so einem Seminar zu modellieren? Zur Motivation. Sie kennen vielleicht diesen Spruch, wer schreibt, der bleibt aus der Praxis. Das ist auch schon mal wissenschaftlich beleuchtet worden in dieser Situation von Miteki et al., die eben sehen, dass auf der einen Seite im Bereich IT spezielle Kenntnisse im IT-Bereich gefordert werden. Und auf der anderen Seite der Grund für die Einstellung, aber häufig eben sogenannte Soft Skills sind, die dann da im Vorausgesetzt werden. Dieser Artikel hat auch einen netten Titel, The Paradox of Soft Skills vs. Technical Skills in Hiring. Und ich war, bevor ich wieder an die Hochschule gegangen bin, zehn Jahre in der Industrie, habe da auch sehr viele Mitarbeiter eingestellt und habe dann immer so Scherzeshalber gesagt, wenn ich gefragt wurde, brauche ich denn achte bei Einstellungen? Dann habe ich gesagt, die Kandidaten müssen lesen, schreiben und sprechen können. Und das ist natürlich ein bisschen humorvoll gemeint, aber tatsächlich, wenn die fachlichen Kenntnisse da waren, dann ist das häufig mit Ausschlaggebend bei der Einstellung von Mitarbeitern. Das heißt, die Motivation hier für dieses Seminar und dieses Schreibseminar war eben auch, bessere Berufschancen für die Studierenden zu schaffen, indem sie zum Beispiel so eine Veröffentlichung auch an ihren Lebenslauf anhängen können und ihm zusätzlich auch Interesse an der wissenschaftlichen Arbeit herzustellen und eben auch den Eintritt in eine wissenschaftliche Community herzuleisen. Zur Problemstellung, gerade in technischen Disziplinen, in den Ingenieurfächern, da fehlen Studierenden häufig die Schreibskills. Das ist in einem Artikel ja auch mal von 2018 angesprochen worden. Also es wird als Problem erkannt, es wird befordert von der Industrie und von Akkreditierungsinstituten, aber es gibt dort immer noch eine Lücke. Und dann kommt hinzu, wenn wissenschaftliches Schreiben angeboten wird, dann wird das häufig delegiert in dem Sinne, dass also nicht die Fachansprechpartner diese Kurse leiten, sondern dass das eben an das Didaktikzentrum beispielsweise delegiert wird und die dafür dann Lehrbeauftragte suchen. Und da wird in dieser Veröffentlichung auch angesprochen, dass das als Adder deklariert wird, also dass es eben nicht als Ingenieur oder technische Disziplin angesehen wird und dann häufig dem anderen übertragen wird. Zu den Grundlagen, also zu den Begriffen, das Schreiben, wir verstehen das also nicht nur als Möglichkeit, wirklich etwas zu Papier zu bringen, sondern so wie das hier definiert ist, als Also Problemlösungscharakter dahinter, sich selbst mit einem Thema auseinandersetzen. Das spielt dann eben auch sehr gut mit dem Forschenden lernen zusammen, sich neue innovative Themen selbstständig zu erarbeiten und zwar in einem Maße, dass das Ganze veröffentlicht werden kann. Das heißt also nicht nur erarbeiten, sondern auch so weit verstehen und aufbereiten, dass es für andere wieder einen Mehrwert gibt. Und das ist eben das, was wir mit diesem Output-orientierten Schreiben hinein. Zu Seminararbeit, das zeigen wir den Studierenden auch immer, dass wir die Lernsituation umdrehen und die Teilnehmer sich die Themen erarbeiten, Wissen erarbeiten und an ihre Mitstudierenden vermitteln. Deswegen gibt es zum Ende des Seminars auch immer eine Präsentation, die dann neben der Veröffentlichung danach gefordert ist. Zu den Lernzielen und Kompetenzen. Die Problemlösungskompetenz steht in diesen technischen Feldern immer vorne an. Von der Analyse über das Design bis zur Veröffentlichung. Die Teamkompetenz. Wir bilden Kleingruppen, in denen die Studierenden arbeiten und diese Gruppen kommen dann eben auch immer wieder zusammen, um ihre Ergebnisse zu diskutieren. Bei der Methodenkompetenz, da geht es hauptsächlich immer um wissenschaftliche Methoden, Literaturrecherche, Befragung, Modellierung und so weiter. Das sind eben auch Kompetenzen, die dann später für die Masterarbeit dann von Bedeutung sind und eben Fachkompetenz, also das Ergebnis zählt. Zu dem Umfang der Seminararbeit. Wir wollen ja eine Veröffentlichung haben. Wir adressieren da wissenschaftliche Zeitschriften mit solchen Kurzbeiträgen von vier bis etwa acht Seiten. Die Studierenden haben Zugriff auf Veröffentlichungen aus den letzten drei Jahren. Da sind die ganze Reihe zustande gekommen, sodass dann eben auch von Anfang an klar sein sollte, wie das Ergebnis nachher aussehen sollte. Auch wenn es dann eben natürlich immer ein neues Thema sind kann. Die Seminarvorträge haben wir bisher mit 30 Minuten etwas länger gestaltet. Das wollen wir etwas kürzen im kommenden Semester, dass das auf 20 Minuten reduziert wird. Und der Umfang beträgt momentan drei Credit Points, entsprechend eben 90 Stunden, die da angedacht sind. Zu den Publikationen, die wir anpeilen, in Anlehnung an Haberstroh und Pedersen, haben wir so ein Ebenenmodell entwickelt, was die Sichtbarkeit der Veröffentlichung angeht. Und typischerweise bei Seminararbeiten befindet man sich eben auf Level 1. Das heißt, man schreibt etwas, was innerhalb des Studiengangs oder der Fakultät bleibt, nach außen eigentlich keine Wirkung hat. Und dann gibt es aber weitere Level, ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen, aber bei 4 und 5, da sind wir so im Bereich der Doktoranden und Wissenschaftler, also wissenschaftliche Konferenzen und indizierte Journals, die eben auch bei Skopos oder Web of Science gedistet sind. Und wir wollen eigentlich in diesem Seminar speziell diesen Level 3C, also wissenschaftliche Journals ansprechen, die schon ein Peer-Review bieten, aber nicht unbedingt bei Skopos oder Web of Science gedistet sind. Und dann übergebe ich für das didaktische Konzept dann an die Frau Pfeiffer, die dann da weiter zu berichten wird. Also am didaktischen Konzept, da haben wir uns für ein Modell entschieden, was wir DigiLabTC nennen. Und das baut auf auf ein Konzept des LabTC, also des Laborteam-Coachings, was ursprünglich aus der Laborlehre kommt. Und für uns, um das vielleicht vom Hintergrund her ganz kurz zu erläutern, ich arbeite in einem Projekt, in dem es auch darum geht, zu schauen, inwiefern Laboreinrichtungen hochschulübergreifend zur Verfügung gestellt werden. Und für uns war es wichtig, das auch über eine entsprechende Lehr-Lern-Plattform später anbieten zu können. Und wir haben schon sehr früh uns mit dem Gedanken im Kopf gehabt, man könnte ja theoretisch in diese Labore, die wir anbieten, auch übergehen in den Bereich Schreiblabor. Weil wir merken, egal in welchem Bereich Studierende arbeiten, sie werden immer mit dem wissenschaftlichen Arbeiten konfrontiert, haben immer bestimmte Texte zu verfassen. Und insofern war für uns dieser Gedanke relativ naheliegend zu sagen, okay, wir haben eine Lernplattform, in der es um laborbasiertes Lernen geht. Schreiben ist da auch ein Teil dieser Arbeit und insofern das Ganze so etwas in Richtung Lernlabor, Schreibwerkstatt weiterzudenken. Also das Konzept, was ich jetzt eben vorstelle, was Sie gerade sehen, ist eben dieses digitale Lab-Team-Coaching. Da gibt es eine Phase der Erarbeitung, in der die Studierenden grundlegende Informationen, Lernressourcen zur Lehrveranstaltung bekommen und eben hier die Möglichkeit haben, sich in das Thema gut reinzuarbeiten. Und das machen Sie in der Regel in Einzelarbeit, gucken sich alle Materialien an und setzen sich eben einzeln hier schon mal mit der Thematik auseinander. Es gibt anschließend eine Vertiefungsphase, die wir so aufgebaut haben, dass wir sagen, die Studierenden haben hier die Aufgabe, dass sie in zweier bis maximal vierer Teams zusammenfinden, sich für ein Thema entscheiden, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, was sie aber auch gerne selbst wählen können und was sie eben, wie Herr Uckelmann vorhin schon erläutert hat, dieses Thema so weit ausgestalten sollen, dass es nachher eben auch für eine Publikation ausreichend ist und eben nach Möglichkeit in dieses Level 3C reinfällt. Das heißt, die Studierenden finden in zweier bis vierer Teams zusammen, gehen Schritt für Schritt diesen Schreibprozess durch, haben regelmäßig Besprechungen in Lernteams und auch Rücksprachen mit dem Lehrenden, der auch eher hier eine Coach-Funktion übernimmt und arbeiten sich so praktisch in iterativen Schleifen in diesem Vertiefungsprozess, arbeiten sie sich in ihr Thema ein und bringen es letztlich eben zu einer Version, die dann veröffentlichungsfähig ist und die eben am Schluss in der Auswertungsphase gut dokumentiert ist und die eben auch dann den Kommilitonen in einer entsprechenden Art und Weise auch präsentiert aufbereitet werden kann. Und begleiten tun wir das eben, unten sehen Sie diesen großen grauen Pfeil, diese ganze Phase der Erarbeitung, Vertiefung und Auswertung wird von uns begleitet mit dem SWOFI-Tool der RWTH Aachen und über das SWOFI-Tool haben wir eben die Möglichkeit, entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen und in einem weiteren Schritt soll es eben für uns auch in Richtung Learning Analytics gehen, dass wir gucken wollen, gibt es bestimmte Muster, die für uns darauf hinweisen, dass bestimmte Prozesse sehr gut laufen oder dass wir bestimmte Prozesse haben, die auf Schwierigkeiten hinweisen, auf die wir dann nochmal gesondert schauen können. Das ist so zum Grundverständnis unseres DigiLab-TC-Prozesses. Wenn wir jetzt eine Folie weitergehen, dann sehen Sie nochmal das, was Sie eben in diesem Prozessmodell gesehen haben, sehen Sie hier nochmal den zeitlichen Ablauf unseres Prozesses der Paper-Erstellung des Beitrags. Wir haben am Anfang hier eben die Einführung. Anschließend fängt praktisch ein Sprintprozess an. Das heißt, die Studierenden haben eben normal nach diesen Terminen, die wir in der Lehrveranstaltung haben, getaktet, immer wieder bestimmte Meilensteine abzuliefern. Das heißt, beispielsweise beim Sprint 1 geht es darum zu sagen, okay, wir haben ein bestimmtes Thema ausgewählt und verständigen uns jetzt im Rahmen dieses Thema auf ein bestimmtes Ziel, auf eine bestimmte Fragestellung, die sich natürlich auch im Laufe des Schreibprozesses immer nochmal wieder ein bisschen anpassen und schärfen kann, aber grundsätzlich erstmal so als Brille und Perspektive dient. Und so gehen die Studierenden Schritt für Schritt praktisch von Sprintsitzung zu Sprintsitzung immer wieder in einen neuen Step ihres Schreibprozesses und liefern so praktisch Woche für Woche immer eben entsprechend bestimmte Inhalte ab. Wichtig hier auch zu sehen, es gibt einmal die Studierenden in der Rolle als Autoren. Das heißt, hier sind sie wirklich damit konfrontiert, ihre Thematik zu bearbeiten und sich einzuarbeiten. Wir heben sie aber auch gleichzeitig immer wieder in die Rolle der Reviewerin. Das heißt, hier geht es uns darum, dass die Studierenden eben darüber, dass sie auch die Beiträge von ihren Kommilitonen beurteilen, ein Gespür dafür bekommen, was läuft da gut, was könnte schwierig sein, wo kann ich mir vielleicht eine Scheibe abschneiden, wo merke ich aber krass, da sind wir viel besser. Also, dass sie da auch über dieses regelmäßige Beurteilen und Bewerten der Beiträge ihrer Kommilitonen Stück für Stück mehr Sicherheit bekommen in dem, was sie verfassen, wie sie es verfassen und eben letztlich auch durch ihre Kommilitonen gutes Feedback bekommen können, was ihnen dann auch wieder hilft, ihren Beitrag, den eigenen Beitrag zu stärken. Wenn wir jetzt noch eine Folie weitergehen, haben wir noch mal ganz klar für uns aus der, also wenn wir das Wofi aus unserer Lehrendenperspektive betrachten, steht für uns ganz klar die Kommunikation in diesem Seminar im Fokus. Das heißt, das Peer Review ist für uns ein ganz zentraler Aspekt. Und deswegen haben wir hier gesagt, wir haben relativ früh ein erstes Peer Review, wo es darum geht, dass die Studierenden eben einen wissenschaftlichen Beitrag be-reviewen, der bereits erschienen ist und der bereits veröffentlicht wurde. In der zweiten Stufe geht es darum, dass sie praktisch gegenseitig ihre Ausarbeitungen reviewen, um dann in einer dritten Stufe wirklich die Möglichkeit zu haben, auch erstes Feedback zu bekommen und erste Hinweise zu bekommen, in welche Richtung sie ihre Veranstaltung auch weiter bearbeiten können. Das ist für uns eben ein ganz zentraler Anhaltspunkt. Wir haben hier jetzt, würde ich gerne die Möglichkeit nutzen, mal den Bildschirm freizugeben, damit Sie auch unser Tool mal, Mensch, ja gut, ja, damit Sie das Tool mal sehen können, mir einen ganz kurzen Einblick geben. Also, hier sehen Sie jetzt die Webseite des Wofi-Tools, damit Sie auch noch mal einen kurzen Einblick bekommen, wie gestaltet sich das jetzt eigentlich für den Lehrenden und wie gestaltet sich das für die Studierenden. Also, als Lehrender habe ich hier die Möglichkeit, entsprechend einen Prozess anzulegen. Sie sehen jetzt hier, dass wir das in einer chronologischen Art und Weise gemacht haben. Das ist eben so ein bisschen diesem System geschuldet, aber kommt eben gerade bei den wissenschaftlichen Arbeiten auch zugute, dass hier eben die Schritte Step-by-Step angelegt werden und eben auch entsprechend bearbeitet werden können. Das heißt, wir haben hier immer die Möglichkeit, bestimmte Punkte zu ergänzen oder bestimmte Punkte auch noch mal rauszustellen, von denen wir vielleicht sagen, die sind besonders wichtig. Und das ist eben der Teil, an dem Sie sehen können, wie sich eben unser Seminar, unser Seminarwissenschaftlicher Arbeiten hier eben strukturiert. Wir gehen mal kurz auf den Bereich der Studierendenansicht. Hier können Sie das, finde ich, auch noch mal sehr schön vergleichen mit dem, was wir vorhin als diesen Sprintprozess dargestellt haben. Das heißt, die Studierenden sehen hier immer bestimmte Themen. Einführung ins Thema. Entschuldigung. Und hier sehen Sie eben beispielsweise auch dann den Schritt der Literaturrecherche und der entsprechenden Test-Reviews, in denen auch immer kleinere Unterkapitel auch noch mal angelegt werden können. Das heißt, für die Studierenden ist es ein sehr stringenter und klarer Prozess mit bestimmten Inhalten und auch bestimmten Abgabedaten. Wir haben auf der Seite links oben kann immer sehr gut auch für die Studierenden ist immer einsehbar, was ist die nächste Frist? Was muss als nächstes erledigt werden? Was steht auf der Agenda? Was muss sich einreichen? Und Sie haben eben, wenn Sie sich hier links diesen Bereich anschauen, für jedes Themen, für jeden Themenkomplex, den Sie hier sehen, haben wir eben da die Möglichkeit zu sagen, wir bieten den Studierenden ein bestimmtes Hintergrundwissen an. Das heißt, hier gibt es beispielsweise bei der Einführung ins Thema eben generell einen ersten Einblick darin, was erwartet Sie eigentlich im Seminar? Was sollte wöchentlich abgeliefert werden? Für uns ein ganz wichtiger Bereich, auf den Herr Uckelsang gleich noch mal eingehen wird, ist auch der Bereich, wie sieht es mit der Bewertung aus? Nach welchen Kriterien richten wir uns, damit auch direkt für die Studierenden von Anfang an transparent ist, an was sollte ich mich halten? Wo sind eigentlich die Schwerpunkte? Und was muss ich ein bisschen berücksichtigen bei meiner thematischen Ausarbeitung? Dann gibt es beispielsweise, wenn wir jetzt hier zur Themenauswahl gehen, oder haben wir es hier bei dem normalen wissenschaftlichen Beitrag, also gibt es immer auch die Möglichkeit, auch einen bestimmten Link mit einzufügen. Das heißt, hier beispielsweise verweisen wir auf unser Literaturverwaltungssystem, was an der HFT Stuttgart für Studierende verfügbar ist. Es gibt auch die Möglichkeit, eben Aufgaben speziell zu formulieren und wir haben auch die Möglichkeit, dann eben entsprechend den Studierenden eine Abgabe einzurichten. Das heißt, ich gehe mal gerade in den Bereich der Literaturrecherche. Da sehen wir auch noch mal eine ganze Reihe von Links, die zur Verfügung stehen und eben entsprechend eine Abgabe, also das erste Literaturverzeichnis, den ersten Überblick über die bis dato gefundene Literatur eben entsprechend im Tool eingereicht werden muss, damit wir eben vor Sprintende dann die Möglichkeit haben, auch die Literatur noch mal einzusehen und dann vielleicht entsprechend, wenn es nötig ist, noch mal ein hilfreiches Feedback in der Sitzung selber zu geben. Also der Prozess, wie gesagt, ist hier sehr stringent dargestellt und führt eben die Studierenden Schrittchen für Schrittchen durch diese Erarbeitungsphase und durch diesen Schreibprozess. Der Vorteil ist, wir haben es jetzt zeitlich getaktet, aber es kommt immer wieder vor, dass Studierende beispielsweise sich für ein Paper entschieden haben, in dem der Abgabezeitraum früher ist als der, den wir jetzt vorgesehen haben im Semester. In dem Fall müssen dann, können dann eben, kann sofort auf alle Inhalte und auf alles kann zeitgleich zugegriffen werden. Also es gibt hier keine kriterienbasierte Freigabe im Sinne von, ich muss erst A gemacht haben, damit B freigeschaltet wird, sondern ich studiere und können sofort auf alle Materialien zugreifen und können dann dadurch eben auch ihren Prozess entsprechend beschleunigen. Soweit dazu. Und wenn hier später zu dem Tool noch Rückfragen sind, kann ich die gerne beantworten. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich beende mal die Aufzeichnung und dann kann der Herr Uckelmann noch mal was zu den Bewertungen sagen. Du bist noch stumm geschaltet. Dann gehe ich hier wieder auf meinen Bildschirm. Vielleicht noch ganz kurz, also Sie haben jetzt Profi gesehen, das haben wir jetzt im letzten Jahr erstmalig eingesetzt. Davor haben wir dieses Seminar ja auch schon durchgeführt, dann aber eben Moodle benutzt und eben EasyShare als Konferenztool benutzt, mit dem wir dann auch vier Reviews und Uploads von Papern und so weiter dann eben abbilden konnten. Aber jetzt mit Swofi haben wir halt die Möglichkeit, das eben in einem Tool stärker zusammenzufassen. Zu dem Bewertungsschema, das orientiert sich eben auch an so Bewertungsschemen, wie wir sie aus Konferenzen kennen. Dass also Abstract, Problemstellung, Methodik, Stand der Forschung bewertet werden. Die sprachliche Ausarbeitung oder die sprachliche Qualität wird nicht so stark bewichtet, weil wir hatten das ja eingangs, wir schauen eben auf diese Themenbereiche Forschendes Lernen, aufgrundorientiertes Schreiben. Es ist keine Soft Skills Schulung zu einem Schreibseminar. Dann Literaturangaben werden eben auch mit zehn Prozent bewertet. Und wichtiger gewertet werden hier die Bereiche Neuheit und Mehrwert für den Leser und Veröffentlichungsfähigkeit. Und Veröffentlichungsfähigkeit hat insofern eine Relevanz. Wir reichen diese Artikel ja ein oder wir Studierenden reichen die Artikel ein. Und bis zur Veröffentlichung können ja durchaus drei bis sechs Monate noch vergehen. Dann ist aber die Notenabgabe schon erfolgt. Das heißt, die Frau Falko und ich schauen uns also die Beiträge zum Ende des Semesters an und bewerten die eben anhand dieser Kriterien. Und dann gibt es eben auch ein Gespräch mit den Studierenden, in dem die Noten verhandelt werden, um es ein bisschen drastisch auszudrücken. Das heißt also, die Studierenden sollten auch selbst eine Einschätzung abgeben. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die Studierenden können sich schon sehr gut selbst einschätzen. Bei 20 Prozent, da muss man vielleicht nach oben oder nach unten ein bisschen korrigieren. Aber im Allgemeinen funktioniert das sehr, sehr gut. So und damit kommen wir auch zu den Studierenden. Das heißt, da würde ich das Wort jetzt an die Frau Lübs und den Herrn Hammes übergeben. Vielen Dank. Guten Tag auch nochmal von unserer Seite. Wir würden gerne mal ein bisschen berichten, wie denn unsere Erfahrungen so mit dieser digitalen Schreibwerkstatt waren. Und ich würde mit den Herausforderungen anfangen. Das sind Sachen, die uns schwergefallen sind. Das waren vor allem zu Beginn der Arbeit und damit auch zu Beginn des Semesters, waren das die Fristen. Also wir hatten anfangs wöchentliche Abgaben. Und gerade zu Beginn hat man eben noch vielleicht einzelne andere Sachen im Kopf. Und so hatten wir anfangs ein bisschen Zeitdruck am Abgabetag. Hat sich dann aber auch dann halt gebessert. Was uns auch schwergefallen ist, ist der Einstieg in die Thematik. Unser Thema war die grüne Digitalisierung. Und es war für uns ein ganz neues Thema. Und wir haben dann eben ein bisschen gebraucht, um uns richtig einzulesen und auch dann den richtigen Fokus zu finden. Und die nächste Challenge war leider Gottes Corona. Also unser Semester hat quasi zeitgleich mit dem ersten Lockdown begonnen. Man wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Und die Konsequenz war dann eben, dass eigentlich alle unsere Treffen digital stattgefunden haben. Das war dann etwas Neues für uns. Auch schwergefallen ist uns, die maximale Anzahl der Zeichen für die Veröffentlichung nicht zu übertreffen. Wir haben es dann so gelöst, dass wir eben zuerst ausführlicher geschrieben haben und dann zum Schluss runtergekürzt haben, dass wir auch die Zeichen einhalten. Und am schwersten ist uns allerdings gefallen, diese Art der Eigenleistung, also etwas Neues zu schreiben und damit einen Mehrwert für den Leser zu schaffen. Das war definitiv die größte Herausforderung. Dann macht die Carla weiter. Ja, auch von mir nochmal hallo. Jetzt hat er früher erzählt, was die Herausforderungen waren. Ich würde jetzt mal erzählen, was für uns hilfreich war. Also was uns wirklich sehr geholfen hat, ist, dass wir das nicht nur für eine Note gemacht haben, wie man das sonst von Seminaren kennt, sondern dass es ein anderes Ziel noch gab, diese Veröffentlichung. Also dass man das irgendwie jemandem außerhalb der Uni präsentiert hat. Und irgendwie hat sich dadurch der Anspruch an uns selbst auch verändert. Es war sehr hilfreich für uns, dass die Meilensteine in SWOFI so eine logische Reihenfolge hatten, durch die man auch immer mal, wie Frau Pfeiffer das ja schon gesagt hat, auch mal vorblättern konnte und aber auch mal zurückschauen konnte. Weil wir hatten das dann auch, dass wir nochmal Sachen überarbeitet haben aus einem früheren Teil. Und diese Erklärungen, die da auch immer gegeben waren, waren für uns eine große Unterstützung. Dann hat es uns, auch wenn es, davor hat er gerade gesagt, es war eine große Herausforderung für uns, dass wir wöchentliche Deadlines hatten eigentlich gerade am Anfang. Auf der anderen Seite hat es uns aber auch sehr geholfen, dass man dann doch sich immer nochmal hingesetzt hat und nochmal was gemacht hat und so einfach konsequent jede Woche an diesem Projekt gearbeitet hat. Außerdem war es für uns auch schön zu sehen, was unsere KommilitonInnen so machen. Denn normalerweise im Seminar hat man das oft, dass man so nebeneinander herarbeitet und am Ende weiß man gar nicht, was die anderen gemacht haben. Oder es gibt mal so eine Abschlusspräsentation. Und hier war das aber so, dass wir auch immer, also man hat ja immer die gleichen Schritte bearbeitet und dann konnte man sich auch so ein bisschen austauschen. Ah, wo veröffentlicht ihr? Habt ihr die schon angeschrieben? Und das war tatsächlich auch schön, das so mitzubekommen. Und das gegenseitige Peer Review hat uns auch sehr geholfen. Zum einen, weil man ja Feedback bekommen hat von den Kommilitonen, wie man das so, also wie man das noch verbessern könnte und wie die das so sehen und ob es auch verständlich ist. Und aber auch sich mal so in die Lage eines Reviews zu versetzen und zu merken, warum es so wichtig ist, dass man vielleicht auch, also dass man kurz schreibt und was da hilfreich sein könnte. Und wie auch Schaubilder zum Einsatz kommen. Das war tatsächlich auch sehr gut. Und also ich hatte im Chat gesehen, dass da die Frage kam, inwiefern wir da drauf vorbereitet wurden. Da gab es eben auch ins Profi wieder so ein Kapitel, wo dann stand, worauf wir achten sollen. Wir hatten so ein Formular und da stand es dann quasi auch drin, nach was wir das bewerten sollen. Ja, was nehmen wir aus dem Seminar mit? Wir haben tatsächlich gelernt, dass strukturiertes Arbeiten fast immer zu einem guten Endergebnis führt. Und natürlich kennt man das strukturierte Arbeiten auch aus anderen Seminaren. Aber dadurch, dass man es sonst nicht so hat, dass man irgendwie wöchentlich was abgeben muss, war das hier, also man war irgendwie gezwungen, es umzusetzen. Das, was man sich sonst immer vornehmt, umzusetzen. Und dass die kurz verfassten Texte viel angenehmer zu lesen sind, aber deutlich schwerer zu schreiben. Und der Flo hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben es selber für uns gemerkt, um die Zusammenhänge zu verstehen, mussten wir das auch ein bisschen ausführlicher schreiben. Einfach für uns selber. Und als wir das Thema dann verstanden hatten, konnten wir auch kürzen. Genau. Ja, tatsächlich wurde unser Text dann auch veröffentlicht. Wir haben Industrie 4.0 veröffentlicht. Und der Flo hat es ja schon gesagt, wir haben uns mit grüner Digitalisierung, oder genauer gesagt mit der umweltpolitischen Digitalagenda, beschäftigt und unsere veröffentlichten Digitalisierung nachhaltig zu gestalten. Und was uns besonders gefreut hat, war, dass wir dann auch noch die Gelegenheit hatten, ein Interview zu führen mit dem Magazin, wo sie uns dann nochmal ein paar Fragen gestellt haben zu dem Thema, die vielleicht ein bisschen, ja, nochmal einen anderen Einblick geben. Und genau, das war es von unserer Seite. Ema, dann vielen Dank dafür. Dann kommen wir mal zu den Ergebnissen in den letzten Jahren im Überblick. Also seit drei Jahren gibt es dieses Seminar. Und hier ist die Statistik der Veröffentlichung. Wir haben also im Jahr 2018 22 Studierende in zehn Gruppen gehabt. Daraus sind dann sieben Einreichungen entstanden und sechs Veröffentlichungen. Da sehen Sie wieder diese verschiedenen Level. Das heißt, da sind drei auf diesem Ziel-Level eigentlich veröffentlicht worden. Eine Veröffentlichung gab es auf einer Webseite von einem Online-Magazin und eine Veröffentlichung bei einer hochschuleigenen Herausgeberschaft. Und dann 2019 21 Studierende in neun Gruppen, sieben Einreichungen und fünf Veröffentlichungen in solchen peer-reviewten Journals. Und 2020, also im letzten Jahr, waren es 17 Studierende mit sechs Einreichungen. Und so wie es jetzt aussieht, vier Veröffentlichungen, also zwei sind schon veröffentlicht, zwei sind bestätigt, sodass wir da also schon auf 15 Veröffentlichungen in drei Jahren dann zurückblicken können. Zu der Evaluation, da ist es so, dass wir im letzten Jahr eine neue Evaluation, einen neuen Evaluationsbogen bekommen haben, der sich eher an Seminare richtet. Das heißt, wir haben ja jetzt keine durchgängigen Zahlen für diese drei Jahre. Aber es gab beim Zeitaufwand, da gibt es gleiche Fragen. Ideal wäre hier drei gewesen. Und Sie sehen, der Aufwand wurde als etwas zu hoch eingestuft. 2019 war das recht gut, 2007. 2020 mit 1,9 höher eingestuft. Das mag auch mit dem Corona-Semester zu tun gehabt haben, weil natürlich dann mehr in Heimarbeit, Eigenarbeit notwendig war, als das jetzt in den anderen Jahren war, wenn es in Präsenzveranstaltungen gab. Die Interaktion wurde in den ersten beiden Jahren als sehr gut angesehen. Medieneinsatz eben auch als sehr gut angesehen. Und 2020 ist dann neu eine Frage in Richtung Kompetenzeinschätzungen zugekommen, die eben auch gut, sehr gut da beantwortet wurde. Sie sehen aber auch, die Teilnahme an diesen Evaluationsbögen könnte besser sein. Zum Ende des Semesters ist es immer so, dass die Studierenden für jeden Kurs viele Evaluationsbögen dann da haben. Und vielleicht frage ich Sie da nochmal, wie ist das so mit der Motivation, diese Bögen auszufüllen zum Semesterende? Ich fülle die immer aus. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie einen nicht ausgefüllt, weil ich mache auch meistens bei diesen Online-Umfragen mit, wenn ich so eine kriege. Also ich bin eher der Student, der dann am Ende des Semesters doch andere Sorgen hat, als die Evaluation auszuführen. Aber wenn mir mal was gar nicht passt, dann kann man das ja auch immer persönlich ansprechen. Die Möglichkeit ist auch immer gegeben. Gut, zu den Freitextkommentaren, die sind natürlich auch immer sehr interessant. Also 2018 gab es einen Kommentar, sehr gute Vorbereitung für die bevorstehende Masterarbeit. Durch das Paper-Spring-Konzept wurde kontinuierlich gearbeitet. Auch die Möglichkeit der Veröffentlichung ist eine willkommene Abwechslung. Konnten sehr viel durch das Peer-Review-Verfahren mitnehmen und hat maßgeblich zur Verbesserung des eigenen Textes beigetragen. Zudem wurde das Gespür, der Blick für wissenschaftliche Texte geschult. Da kam auch eine Frage, wie die Studierenden auf die Rolle des Reviewers vorbereitet werden. Wir verteilen auch Veröffentlichungen oder Einreichungen aus den Vorjahren, die die Studenten dann bewerten. Und dann vergleichen wir das mit dem tatsächlichen Peer-Review, was dann eben zurückgekommen ist. Und so gibt es also schon eine kleine Einarbeitung in dieses Peer-Review-Verfahren. Und dann eben später im Semester werden die Artikel von anderen Studierenden begutachtet. Das Zusenden der korrigierten Word-Dokumente durch die betreuenden Dozenten war sehr hilfreich. Da ist es so, dass wir durchaus auch mitschreiben bei den Artikeln. Ähnlich wie das bei Doktoranden der Fall wäre. Dass man da also auch aktiv mitwirkt und so auch dazu beiträgt, dass das Dokument zu einem veröffentlichungsfähigen Dokument wird. Swofi als Tool für Informationen zu den Aufgaben war hilfreich. Swofi war gut, weil man die Sachen immer leicht gefunden hat und auch nochmal etwas nachschauen konnte. Es gab allerdings natürlich auch Kritik. Da kommen wir jetzt dazu. Es waren 2018 mal zusätzliche Vorlesungsinhalte gewünscht. Da haben wir schon überlegt, ob es sinnvoll wäre, da den einen oder anderen Gastvortrag nochmal einzubauen. Von Wissenschaftlern, mit denen wir Kontakten haben, dass wir etwas zum Thema Veröffentlichung dabei tragen. Präsentation am Ende ist an sich überflüssig. Die Prüfungsleistung ist der Artikel. Die Präsentation ist unnötige Zusatzbelastung für die Studenten. Da wollen wir widersprechen, weil wir schon wollen, dass über die Präsentation auch das erarbeitete Wissen an die anderen Studierenden mit weitergegeben wird. Und deswegen wollen wir das auch gerne beibehalten. Am Anfang wurde eine Schreibwerkstatt angekündigt. Das wurde es nicht wirklich, ist vielleicht aber auch der aktuellen Situation geschuldet. Das Tool, mit dem wir gearbeitet haben, hat keine Breakout-Sessions ermöglicht. Jetzt nutzen wir eben für Online-Meetings Zoom, sodass wir auch Breakout-Sessions dann durchführen können und diese Schreibwerkstatt auch digital begleiten können. Dennoch, ich mag dieses Konzept der Präsenzveranstaltung für die Schreibwerkstatt, weil wenn die Gruppe dann zusammensitzt, gemeinsam an einem Dokument arbeitet, dann hat das doch auch einen Werkstattcharakter, einen motivierenden Charakter, dass man sich wirklich auf das Thema konzentriert und zusammen an diesem Text arbeitet. Die Zeiten in SwoFi sind häufig nicht die gleichen wie die kommunizierten in den Vorlesungen. Es sollte besser abgestimmt werden. Weiterhin kann die Nutzung von zwei verschiedenen Tools, Moodle und SwoFi, verwirrend sein, da nicht immer ersichtlich ist, welche Unterlagen auf welcher Plattform zu finden sind. Da gab es Probleme im letzten Jahr. Wir werden jetzt in diesem Jahr SwoFi zum führenden Tool machen, also kaum noch Daten im Moodle haben, sondern da eben zu SwoFi verlinken und dann eben auch darauf achten, dass diese Daten eben besser abgestimmt sind. Das ist immer ein Problem bei redundanten Datenquellen. Wenn man dann was anpasst, muss man halt an allen Stellen anpassen. Und hier wollen wir dann eben zukünftig verstärkt aufzulösen setzen. So, und damit kommen wir auch zum Fazit. Also diese Peer-Reviews wurden von uns, werden auch von den Studierenden als sinnvoll erachtet, um eine kritische Reflexion fremder und eigener Inhalte eben auch durchzuführen und zu trainieren. SwoFi hat sich zur Strukturierung und zur digitalen Begleitung des Seminars bewährt. Wie gesagt, vorher hatten wir Easy-Chair als Konferenz-Pool, ist in Kombination mit Moodle eben auch ein gangbarer Weg. Aber hier können wir es eben in SwoFi noch besser zusammenführen und strukturieren. Und für die Schreib-Sprints sind in 2021 dann in Gruppenarbeiten in Präsenz idealerweise möglich. Sieht momentan nicht so aus. Das heißt, wir werden also diese digitalen Breakout-Sessions nutzen. Und last but not least, publish or perish, das ist wieder so ein geklügeltes Wort aus dem wissenschaftlichen Umfeld, also publizieren oder verschwinden. Und wir haben hier also sehr viele Veröffentlichungen hinbekommen. Die Studenten haben hier sehr gut gearbeitet, haben eben, wie angesprochen wurde, neben der Note dann eben auch das Ziel dieser Veröffentlichung. Und ich denke, das war eben auch durchaus motivierend. Die Studenten haben hier sehr gut gearbeitet.